So, weiter geht's unter Wasser, nachdem wir den Tanker durch haben. Ich hoffe, der Unterwasserbereich ist nicht ganz groß. Weil das recht schwer hier ist, Pathfinding zu machen und zur selben Zeit die Cauterate auszuhalten. Und heilen konnten wir uns ja aktuell auch nirgends machen. Noch eine Höhle, okay. Nächstens keine leere Höhle, so wie die erste damals. Eine Blackberry. Ich weiß immer noch nicht, ob es für Aufladung von Magie zuständig ist, aber ich gehe aber von außen Spaldinger auf. Bis ich es hier noch wirklich brauche. Das geht mir mal gleich. Könnten noch Hellplumps sein, ehrlich gesagt. Die heilen immer noch so viel aus. Naja. So, wir müssen ein bisschen heilen. Ich hoffe nochmal, es kommt kein Boss mehr. Ähm. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber da. Another Cave. Und nochmal eine Tuche Hellplump oder Hydroplump. Bis gleich. Ich muss schon sagen, dass dieser Ort hier für etwas unerfahrenere Spieler vielleicht nicht eine Todesfalle werden könnte, ne? Ähm. Okay, uns geht's noch gut. Ich speichere mal wieder. Wie siehst du aus? Die letzte Höhle. Bitte sei die letzte Höhle. Ah, wir gehen zurück in die andere Welt, ne? In die Phantom-Welt. Wir dürfen ja trotz aller Sachen, die passiert sind, nicht vergessen. Das wäre noch in unserer Welt gerade, weil... Oh Gott, wie ist es kein Tauchrausrüstung mehr. Schon ein gutes Zeichen. Wir haben mittlerweile echt viel Kohle zusammen. Weil wir weiß wahrscheinlich, wie du weg bist du am nächsten Händler, ne? Ich habe lange keinen Händler mehr gesehen, der sich gelohnt hätte. So, die Frage, ob wir noch Ausrüstung kaufen. Ich meine, wir müssten ja Marfu-Waffen bekommen. Also solche besonderen Waffen, weil... Normale Waffen taugen ja nichts mehr. Das könnten wir keine Marfus nutzen. So, wenn wir nicht begegnen, aber wahrscheinlich passen wir mal an Neues, oder? Oh ja. B-Fighter. Lock on. Also lange Lock on jetzt, wie sie dann auch noch gegen Bosses funktioniert, wüsste ich nicht, warum ich sie wegnehmen sollte. Das ist so gut. Der macht gut Damage. Der wäre doch ziemlich gut defensiv wäre, wenn man so ein Trill zu wegsteckt. Aber gut, hier ist da unten. Lange der da nicht mehrfach kommt, ist okay. Aber mehrfach könnte der auch wieder stressiger sein. Schön, der bleibt. Die Stadt wäre echt mal richtig geil wieder. Ah Gott, da, ja, ja. Oh, ist das schön. Wow. Eine Stadt voller Monster? Ne, da oben ist auch ein Mensch. Okay, wir sind hier nur kostümiert. Warum auch immer. Wir sind hier nur kostümiert, so dass wir nicht attacken werden. Aha. Okay, meine Logik. Wenn es funktioniert. Es ist eine Stadt von Craftsmen. Ein Inn. Lange ist es her, dass ich in einem weichen Bett geschlafen habe. Sweet dreams. Und speichern. Und speichern. Jetzt sind wir wieder einig, was wir sichern. Das war aber wirklich ein Abenteuer. Erst die Fabrik, dann der Tanker und dann noch das Unterwassergebiet. Ein bisschen Ruhe haben wir uns echt verdient jetzt. Und da waren so viele Bosse. If you want to know more about the monsters, get a costume and mingle. Ist ja gut, wenn wir so ein Kostüm hätten und die würde sich nicht mehr angreifen. Sehr praktisch. Monsters in Matthews Jungle? Something's up. Ein Dschungel. Ich hoffe, es ist kein Irrgarten. Ein Dschungel klingt immer so noch Irrgarten. Wir haben einige Elite-Craftsmen hier. Die können deine Weapons upgraden. Upgrade meine Weapons. Dann müssen wir vielleicht die Lustigwaffen upgraden. Damit die besser werden. Ich bin ein Blacksmith. Ich habe eine Methasar benutzt, aber dann habe ich eine Errgarten auf den Knie. Aber die Minden sind mit Monstern. Oh Gott. Wir müssen erst die Mine wahrscheinlich befreien, hier, damit wir handeln können. Nice Weapons. Ich bin ein Blacksmith. If you have some Methasar, I could upgrade them for you. Okay, der könnte also unsere Waffen upgraden. Er braucht aber dieses Methasar. Der Etim-Shop handelt wenigstens nur. Das ist gut. Ich kann wieder auffüllen. Erebi's. Elixirs. Nein, Shakiris wollte ich eigentlich nicht... Oh, gut. Ich weiß nicht. Ja, du bist ein bisschen bezögert. Ich muss um Eiergarten drücken. Oh, wir konnten die Kostüge sogar kaufen schon. Alles klar. Die Kostüge sind ein bisschen kompliziert. So, ich werde dich jetzt ändern. Jetzt sind wir von Monstern. Equip the Kostüge. Wahrscheinlich brauchen wir das. Wahrscheinlich müssen wir diese Mini reinschleichen oder sowas. In diesen Dschungel, keine Ahnung. Mal gucken. Jetzt sind wir von Monstern. Das war's doch schon, ne? Größer ist das Dorf anscheinend gar nicht. War ich hier schon drin? Ich mache Kostüge und Döle, die ich noch nicht mache. Sie sehen einfach wie die reale Sache. Sie ist also die Meisterin. Der Gewänder. Cool. Jetzt ist mir die Frage, ob wir hinten sollen, ne? Also, wir haben jetzt von einer Mine gehört oder von einem Dschungel. Aber ich denke mal, die müssen wir auf der Weltkarte dann finden. Oh, hier ist nichts mehr im Dorf. Aber okay, wir können die Waffen hier abgeladen. Das wäre echt wichtig, weil mittlerweile... Machen die Lucy-Verbreibnissen rein settechnisch nicht mehr so viel her. Ich gucke ein bisschen... Was, das sieht komisch aus, oder? Ja, okay. Oh Gott, kann man da einbrechen? Da sitzt es nämlich aus. Nee? Okay, ich dachte, ich falle jetzt runter oder so. I've removed the trees. So nett von dir. Was scheißen die Bäume noch da, wenn man keine Kostüme anhat hat? Schätze ich jetzt einfach mal so. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden nicht angegriffen, weil wir auch Monster sind. Ich weiß nicht, ob dieses Feuer so gesund ist. Boah, burn, fire! Bisschen Brand-Rodo hier. It's burning, feels so good. Ich kann gleich durchlaufen. Wurzeln wir mal testen jetzt. Wurzeln wir mal testen jetzt. Wie? Au! Okay. Der Boss ist in der cave. Okay, er ist auch in der cave. Ich bin kurz sicher, dass hier nichts mehr war. Nee, ne? Gut. Gut. Der zweite, hm? Ich glaube. Da geht's aber auch weiter. Wir reißen jetzt wieder bei dem Monster. We are not allowed to leave. We are not allowed to leave. Okay. He gets the bombs by now. Ah, he's in der cave. Tell me the password. Ähm. Ich hab das Passwort nicht. Nein! Wahrscheinlich muss ich jetzt mit den Leuten nochmal reden. Ich rede über die ganzen Monster nochmal. Wahrscheinlich die beiden nicht, weil die nur sagen, dass sie nicht weggehen dürfen. Aber sie lassen uns ja auch nicht durch. Okay. Ow. We are not a server. Okay. You forgot, huh? Ah, yeah. The password is Annette. Okay. Passwort. Annette. Is this an E-tip? Yeah. The password is Annette. Good. You can pass. You guys rookies. We are talking about the next mission. Don't be mind wandering. The password is an E-tip. The password is an E-tip. Okay. The password is an E-tip. Is this an E-tip. No. The password is an E-tip. No. The password is an E-tip. The password is an E-tip. jetzt mit die finger von suizidbombe angriff oder ist ein bullshit ich weiß nicht was ich mache so ich lasse das was ein speicher ich schätze jetzt mal dass das die unser anruckskampf erhöht wir hatten glaube ich das war bisher was die finster wird quatsch in der agilität und die finster genau hier ist die fans seien es das agilität und man ist jetzt angst hey es hat flasches erstmals wieder mäffel zu gebe ich dem schmied also dem waffenschmied und dem rüstungsschmied jeweils einen davon oder darf ich jetzt nur zwei waffen aufrüsten und das wäre ärgerlich es ist die frage wäre es klug zurück zu gehen die waffen abzugreifen bevor ich da reingehe weil der typ der links ist hundervolle nicht ein boss ganz ehrlich ich gehe zurück ich erspare euch den weg wir sehen uns weiter schmieden wieder ich würde nämlich gern gucken bevor schon die waffen aufrüsten können und vielleicht neue rüstung bekommen können das wäre besser ne also bis gleich so der weg war ganz fix ich bin wieder in der stadt wir schauen mal kurz vorbei ob wir jetzt vielleicht upgraden können und neu kaufen können das heißt die geben wir jetzt andere ohr da kannst du rüstung für uns herstellen ne? mal gucken mal gucken es hat uns nicht was gekostet dass er uns die sache upgraden hat das ist nett das ist wirklich nett das ist neue rüstung ist alles neu ne? wir können richtig tief in die für ihn ist auch ein komplettes upgrade hier das ist so gut alter das ist ganz ehrlich ich weiß nicht was der boss vielleicht kann und der auch so besiegbar gewesen wäre aber so oder so würde ich mal behaupten dass wir jetzt viel stärker sein werden egal was kommen mag und zwar erheblich stärker weil das gerade alle auslösungsgelegenheiten ja für jeden an jeder stelle des körpers ein upgrade lust das macht ein upgrade wäre immer noch eine kohle übrig dann zeit mal her die mafo sind noch drin ich weiß nicht rüst die einfach nochmal aus wind dance magnet und lock on attack up ist auch ganz cool glaube ich attack up erhöht wahrscheinlich tatsächlich wirklich nur passiv die andere kraft oder? das wäre für sie gar nicht mal so verkehrt aber ganz ehrlich sie macht den haupt damage eben mit den spells und die lock on fähigkeit ist einfach zu gut gut das hat sich gelohnt ich bin sehr zufrieden mit der entscheidung herzukommen dann sehen wir uns gleich in der höhle wieder vor dem boss so da haben wir wieder man muss das passwort übrigens nochmal sagen draußen vor der tür oder vom höhlenang aber dann schauen wir was hier passiert dancing leo the demons plan is to kidnap princess annette why is the beautiful princess our target according to the demon humans are weak against the power of beauty wow so we turn her into a monster then let her destroy them that's his plan green the prince is in danger what are you guys doing here rip oh nein das kostüm the costume was ripped off the hell are you doing what the humans damn you huah okay das war unsere deckung jetzt holy mush okay unsere neuen waffen werden wir das fürchten lernen mein freund oh ja damage wir machen wieder damage uh uh hundert starbe im krit schön sehr schön oh und da ist er da geht der hauli mushroom die beiden sind weg okay da müssen wir jetzt auch wieder raus wahrscheinlich können wir jetzt links an den beiden gegnern vorbei die da standen die wache gehalten haben morgue tower okay looks kind of weird mit den skelettenlauten beiden wir haben ja bestimmt kein das Geht's jetzt wiederum mit der Encounter-Rate, ich merke schon. Ah ok, wir hätten ja ein bisschen Ruhe zwischendurch, ist in Ordnung. Ich bin jetzt schon froh, dass ich die Heldenwaffen geholt habe, ganz ehrlich, es wäre so viel schwerer geworden ohne die und die Rüstung ist ja auch schon relevant. Das war schon die richtige Entscheidung. Vor allem, wir konnten dank der Kostüme, die wir noch an hatten, im Nachhinein, kann man es mal so sagen, im Nachhinein haben wir Glück gehabt, weil dadurch konnten wir dann mal rauslaufen, alles holen und wieder herlaufen, hätte ich jetzt noch rauslaufen müssen für die Waffen und so weiter, hätte ich jetzt da kämpfen müssen und reinlaufend auch wieder. Hörst du uns jetzt auch an? Ne, der möchte nicht. Der dachte sich, nein danke. Hellfire, ein Lagerfeuer. Und war doch kein Boss weiter oben, ne? Aber ich denke mal, dieser Leo-Type, da war auf jeden Fall ein Boss. den werden wir noch besser kennenlernen, denke ich mal, in einem Fight. Das ist jetzt ehrlich gesagt noch mal ziemlich mies. Äh, dann machen wir mal Fuß. Jetzt kommen. Ja, du nicht. Ich hab mir mal wieder ab an. Ich bin ein bisschen mal ersparender. Das war's für heute. Ich würde dir noch die Erfahrung bringen. Vielleicht ist ja noch ein Level abdrehen, aber momentan ist es schwierig, das zu erwarten, weil wir den ganzen Ross-Fight zu viel Erfahrung bekommen haben. Das darf man nicht vergessen. Schöner Kit. 222, nicht verkehrt. Ja, dann will ich jetzt die E-Champs lassen zum Hallen. Normale Herbst sind aber noch gar nicht für sowas. Einmalig. Obwohl, selbst das kriegen sie kaum noch geschissen, ne? Die normale Herbst. Ich meine, gut, du kannst dich ja einmal einigermaßen damit versorgen. Und dann warst du das auch. Ja, wir sind nicht mal alle ganz voll gewonnen. Wow. Das ist ein Trauerspiel, aber es ist immerhin was wert. Einmalig immerhin. Gut, ich würde sagen, die Folge beenden wir hier, weil ich vermute ein Boss-Fight. Und das könnte ein bisschen dauern. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.